Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, die sogenannte Tiefsee ist auf unserem Planeten ein Bereich, den wir im Grunde genommen noch gar nicht kennen. Und wenn wir in diese Tiefen vorstoßen, im Meer, dann werden dort teilweise sehr seltsame Lebensformen entdeckt. Hier zum Beispiel Aufnahmen eines Tintenfisches, der sich an seine Umgebung angepasst hat. Diese Aufnahmen, die gingen damals durch die Medien und auch jetzt momentan gibt es wieder das große Thema, was befindet sich denn eigentlich da unten. Nun, im Grunde genommen wissen wir es nicht. Der tiefste Punkt auf unserem Planeten, der Mariannengraben, also im Meer, mit ungefähr zwölf Kilometern Tiefe. Sehr wenige haben es bis dato dorthin geschafft. Es ist auch ein großer Aufwand, das muss man ganz deutlich sagen, Gerätschaften zu bauen, die diesen Druck aushalten. Nun, natürlich mit der technologischen Weiterentwicklung kommen wir dann immer weiter in größere Tiefen und unter anderem auch, was jetzt zum Beispiel die Erforschungsmöglichkeiten durch automatisierte Drohnen angeht, gibt es immer mehr Möglichkeiten. Aber man weiß noch sehr wenig über die Weltmeere, das muss man auch ganz klar sagen. Wenn wir beim Thema Astronomie zum Beispiel sind, wir wissen im Grunde genommen mehr über Sterne und über Planeten, also über unsere eigenen Ozeane. Kurz ein Ausflug in den Bereich Exoplaneten. Unsere Erde hat einen relativ geringen Wasseranteil, auch wenn das manche nicht glauben wollen. Der Gesamtmasseanteil liegt bei 0,02 Prozent. Unsere Ozeane sind an der Oberfläche natürlich erkennbar, aber es gibt auch Exoplaneten, bei denen geht man davon aus, dass der Wasseranteil bis zu 25 Prozent beträgt. Teilweise darüber, die Ozeane dort dürften hunderte bis tausende Kilometer tief sein. Das heißt also, die Erforschung unserer Meere wäre eigentlich auch eine Möglichkeit, mal zu gucken, wie schaut es denn eigentlich bei Wasserwelten generell aus. Das heißt also, Planeten, die gar keine Kontinente haben, sondern nur Wasser. Nun, das Thema bezüglich der Erforschung der Tiefsee und auch, was da unten eigentlich existiert, hat die Menschen schon immer fasziniert, zum Beispiel im Mittelalter oder auch Seemannsgarn, wo man also über sogenannte Seemonster auch gesprochen hat. Nun, das hat natürlich immer auch einen gewissen realen Hintergrund. Das heißt also, man hat tatsächlich auch im Mittelalter und auch früher schon Kreaturen entdeckt, die man nicht erklären konnte. Und ob es jetzt in unseren Meeren solche Lebensformen gibt, Megalodon ist ja so ein Thema, ein Riesenhai, der ausgestorben ist, man vermutet es, aber so hundertprozentig weiß man es jetzt nicht, ob es in den Tiefen der Ozeane tatsächlich noch Lebensformen gibt, die dem ähneln. Das heißt also, sich an eine bestimmte Tiefe angepasst haben. Es könnte durchaus sehr große Raubtiere da unten geben, die Jagd auf andere Lebensformen machen. Und das ist natürlich die Frage. Und wie kriegt man das jetzt raus? Das ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, wir haben Sonartechnologie. Das heißt also, wir können größere Objekte in den Tiefen natürlich entdecken. Aber um ein Raster zu erstellen oder eine Matrix zu erstellen des gesamten Ozeans, da haben wir momentan einfach keine Technologie am Start. Also das heißt, Spekulationen sind durchaus denkbar und möglich. Und man kann die ein oder andere Hypothese aufstellen, ob es solche großen Haie zum Beispiel tatsächlich noch gibt. Nun, unabhängig davon, der Wahlhai, das ist ja einer der Haie, die noch von der Größe her extrem groß sind. Aber das ist kein Raubtier, sondern das ist ein Planktonfresser oder Grill. Das heißt also, der ernährt sich jetzt nicht von anderen Tieren. Also im Grunde schon, aber er macht halt keine Jagd auf zum Beispiel Wale oder sonst irgendwas. Das heißt also, hier muss man dann mal genauer hingucken, ob es überhaupt Spuren gibt, die darauf hindeuten, dass es solche großen Raubtiere in unseren Ozeanen noch gibt. Was interessant ist, wir haben ja unter anderem Mikrofone auch in den Ozeanen verteilt, dass von dort unten immer wieder seltsame Töne nach oben kommen. Das heißt also, es gibt Aufnahmen, die durchaus spektakulär sind, wo man extreme Töne, die sehr, sehr weit zu hören sind, dort wahrnimmt. Das sind keine Wale, sondern das ist irgendetwas anderes, was sich dort unten befindet. Nun, es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit zu versuchen, das zu erklären. In einer dieser Töne wurde zum Beispiel einem Eisberg zugeordnet, der quasi am Meeresgrund entlang schrammt. Es gibt immer natürlich auch natürliche Erklärungsmöglichkeiten, wobei große Lebensformen natürlich auch nur eine natürliche Erklärung wären. Immer wieder wird zum Beispiel auch berichtet von Lebensformen, die an den Strand gespült werden. Hier zum Beispiel ein Wal. Das ist etwas, was dann auch immer in den Medien zu sehen ist. Also erstmal unerklärlich, aber hinterher stellt sich dann raus, dass es sich um Wale handelt, die dort anstranden. Und auch zum Beispiel sehr große Kraken, Tintenfische werden teilweise angespült. Da gibt es tatsächlich einen Nachweis, also Tintenfische können extreme Größen erreichen. Und die liefern sich zum Teil dann auch dementsprechend Kämpfe unter Wasser mit Pottwalen zum Beispiel. Das heißt also, es gibt den Nachweis, dass dort unten sehr große Lebensformen existieren, die durchaus die Größe eines Wales erreichen können. Weiter oben sind diese Tiere, die man da in Verdacht hat bezüglich dieser extremen Größe wesentlich kleiner. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das überhaupt so? Das ist eben die Anpassung an die jeweilige Umgebung. Und dass in diesen großen Tiefen tatsächlich sehr, sehr große Tiere leben können, das wissen wir mittlerweile. Welche Lebensformen da unten noch existieren, das ist das Geheimnis, was man natürlich auch im Laufe der Zeit herausfinden will. Es gibt jetzt zum Beispiel eine neue Gerätschaft. Das ist ein spezieller Roboter, der automatisiert die Tiefsee erforscht. Der wurde speziell konstruiert und macht da seinen Job. In der anderen hat er dann auch die Möglichkeit, Videoaufnahmen zu machen und die dann dementsprechend nach oben zu senden, also zum Trägerschiff. Und das ist interessant, um mal auch eine gewisse Übersicht über unsere Ozeane zu gewinnen. Wir kennen die Wale, aber die sind ja eigentlich auch nur an der Oberfläche zu sehen, weil sie Luft holen müssen. Die können aber auch sehr, sehr tief tauchen. Also Pottwale zum Beispiel, auch in diese Tiefen, wo man auch diese seltsamen Lebensformen dann findet. Man vermutet, dass Pottwale tatsächlich auf die Jagd gehen nach diesen großen Tintenfischen, weil das ist natürlich ein interessanter Snack. Und auch etwas, was dann eine Zeit lang hält, auch für einen Wal. Ob es da unten solche Lebensformen gibt, das ist ja immer auch eine interessante Frage. Könnte es sein, dass es in der Tiefsee intelligente Lebensformen gibt. Man weiß zum Beispiel von Tintenfischen, dass die hochintelligent sind. Das heißt also, die haben einen eigenen Charakter, sie haben vermutlich auch ein Bewusstsein und sie sind hochintelligent. Denn sie können ohne Probleme feststellen, dass in einem Schraubglas irgendwas drin ist und dann schrauben die das Glas auf. Einfach ausprobieren und gucken, wie könnte das funktionieren. Das heißt also, da ist schon eine relativ hohe Intelligenz vorhanden. Und es könnte natürlich sein, dass es dort unten sehr intelligente Lebensformen gibt, die sich eben aufgrund ihrer Umgebung an diese Umgebung angepasst haben. Und da kommen wir dann wieder zu dem Thema Entwicklung von außerirdischen Zivilisationen, zum Beispiel auf Wasserplaneten. Ist das überhaupt möglich, dass eine Lebensform, die sich im Wasser entwickelt und eigentlich nur Wasser kennt, weil es gar keine Landmasse gibt, können die sich soweit entwickeln, um zum Beispiel Technologie zu entwickeln. Das muss eine komplett andere Technologie sein als die unsere, logischerweise. Denn da gibt es eben auch das Thema Strom. Wie kann man dann eigentlich zum Beispiel Isolatoren bauen, die es dann ermöglichen, hochkomplexe Gerätschaften, zum Beispiel Computer zu bauen, die in der Lage sind, dann bestimmte Berechnungen durchzuführen. Das ist eben die Frage, braucht man das unbedingt oder geht man gleich in die biologische Technologie. Das heißt also gar nicht erst irgendwie Halbleiter, sondern gleich auf einen organischen Computer, der dann eben in der Lage ist, auch in diesen Bereichen zu operieren. Denn Lebensformen können das ja auch. Das heißt also, es ist ja nicht so, wenn man als Mensch ins Wasser springt, dass es dann gleich einen Kurzschluss gibt. Das heißt also, es wäre durchaus denkbar, dass man eine Technologie entwickelt, auch auf einem Wasserplaneten, die in der Lage ist, von vornherein solche Probleme gar nicht zu verursachen. Also das ist ein hochinteressantes Thema. Und die Frage, die man sich natürlich immer wieder stellen kann, hypothetisch gesehen, logischerweise, was gibt es da unten und auf was müssen wir uns noch gefasst machen, was da unten sein könnte? Und vor allem, was wird in den nächsten Jahrzehnten bezüglich der Tiefsee herausgefunden? Denn es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Forschungsprojekte, die jetzt sehr intensiv auch die Tiefsee erforschen, um festzustellen, was dort unten eigentlich alles ist. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich denke, die ein oder andere Überraschung werden wir da noch erleben. Vielleicht auch in Richtung intelligenter Lebensformen, die wir vielleicht noch gar nicht einordnen können. Denn die Entwicklungszeit hätte gereicht, um sehr intelligente Lebensformen hervorzubringen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.